willkommen zu einer neuen folge pokémon go und der ramses kann nicht mehr schlafen denn der albtraum aller pokémon go spieler ist wahr geworden das neue pokémünzen system ist da in deutschland zwar nur als test aber es ist ja egal ob es ein test ist oder ob es komplett so ist denn schließlich müssen wir jetzt damit auskommen es ist jetzt 5 uhr 14 irgendwie kurz vor zwölf gestern abend habe ich das dann noch gesehen habe gedacht okay kannst jetzt aufstehen kannst pupsi allein im bett liegen lassen kannst da ein video dazu machen deine meinung eure meinung einholen aber ich dachte wenn du das morgen früh machst wenn pupsi geht dann kannst du das immer noch machen aber ich konnte die ganze nacht nicht ruhig schlafen es hat mich so beschäftigt nein es war wieder einfach mal zu warm und ich glaube es ist das erste mal jetzt dass pokefans.net einen kleineren und ausführlicheren artikel gemacht hat als die pokémon go live.com seite selber wir wollen aber jetzt kurz mal drüber schauen was das jetzt wirklich für uns heißt ihr wisst ja bisher war es immer so ihr habt eure pokémon wir sagen es extra falsch in arenen gesetzt und musstet ungefähr acht dreiviertel stunden also sagen wir mal ihr habt neun stunden gesessen dann war das sicher ihr habt neun stunden gesessen und dann habt ihr eure 50 münzen zusammen gehabt die wurden gesammelt ihr musstet nur noch nach den neun stunden raus fliegen aus der arena und so habt ihr das maximum an münzen erreicht wir haben extra einen arena plan auch hier für unsere stadt gehabt wo wir uns immer um 5 uhr und 17 uhr wurde gewechselt also habe ich jeden tag so 17 uhr arenen gemacht habe die roten gesetzt habe die blauen gesetzt habe die gelben gesetzt und nächsten tag weil so wenig passiert habe ich 17 uhr wieder die roten gesetzt wieder die gelben gesetzt wieder die blauen gesetzt natürlich diesmal versetzt so dass sie die vom vortag rausgeschmissen haben die saßen alle also immer 24 stunden aber jeder hat seine 50 münzen bekommen so wurde man gezwungen arenen zu machen jetzt muss man nicht mehr zwangsläufig arenen machen aber für die die trotzdem arenen machen springt halt nicht mehr so viel bei raus kommt also was ist nun gut was ist schlecht wir gucken mal was hier jetzt steht seit einigen monaten läuft in australien ein test für ein neues system um täglich pokemünzen zu erhalten dieses bei spielern sehr umstrittenes system wird nun auf deutschland ausgeweidet naientik beschreibt die ergebnisse des bisherigen tests in australien als vielversprechend es wird mehr trainer als jemals zuvor kostenlose pokemünzen erhalten bei spielern ist das neue system hingegen sehr umstritten so mehr trainer bekommen münzen aber bei spielern ist es umstritten sind spieler also keine trainer sind trainer keine spieler ich verstehe es nicht nun wird das system auf spieler in deutschland neuseeland und taiwaner weiter zum zeitpunkt dieser news ist das neue system noch nicht live mittlerweile ist es aber live weil gesagt die news sind ja von gestern abend dies wird aber wohl in kürze der fall sein wie kennzeichnet sich das neue system pro tag können weiterhin maximal 50 münzen erhalten werden klingt ja erstmal schön und gut durch das verteidigen von arena hält man pro stunde sechs münzen also normalerweise waren es doch bis jetzt immer alle zehn minuten eine münze jetzt kriegt man pro stunde sechs münzen das heißt pro pro zehn minuten eine münze daran hat sich also wohl nichts geändert die zeit ist immer noch gleich aber an einem tag können maximal 30 münzen durch das verteidigen von arena erhalten werden also müsste man mindestens fünf stunden lang verteidigen ihr sitzt also weiterhin wie bisher nur könnt ihr jetzt früher rausfliegen und habt das maximum an arena münzen reden münzen arena münzen erreicht statt neun stunden nur fünf stunden statt 50 münzen nun 30 münzen im heute tab erwarten einen täglich aufgaben ähnlich zu feldforschungen schließt man alle täglichen aufgaben ab erhält man 20 münzen das heißt ihr kriegt wenigstens mehr als die hälfte durch die arena immer noch müsst euch die 20 anderen münzen jetzt aber mühsam nebenbei verdienen da ist die meinung wohl jetzt gespalten weil viele sagen ja das ist doch besser endlich kriegt man mal die münzen und kann auf die arena scheißen aber auf der anderen seite sind dann vielleicht wieder aufgaben dabei wo die leute sagen ja das ist doch unfair wie soll man denn das machen ich kann vier von fünf aufgaben abschließen die fünfte nicht mehr toll sonst hätte ich wenigstens 50 münzen bekommen jetzt bekomme ich nur noch 30 die community und die beta tester in australien kritisieren an dem system dass sich das einnehmen und verteidigen von arenen nur noch weniger nun noch weniger lohnen würde stimmt außerdem wird kritisiert dass man die 20 münzen nur erhält wenn alle aufgaben abgeschlossen werden obwohl dabei aufgaben wie gewinne einen raid auftreten können welche für einige spieler schwer zu erfüllen sind sie denken also ja gut nicht jeder kann arenen machen also geben wir aufgaben rein so dass jeder einen raid kampf machen muss was auch nicht jeder machen kann ich meine steht ja wenigstens nicht da gewinne einen fünfer raid es würde ein einer raid reichen also für kleine dorf spieler aber wenn im dorf der dorf spieler nicht mal eine arena ist um einen raid zu machen dann bringt das ja auch nichts wo wir wieder beim thema spoof sind so könnte nämlich der dorf spieler einfach sich in die stadt spoof'n ne und könnte da seine münzen holen und ihr habt trotzdem keinen nachteil davon nur weil der in der stadt einen shiggy raid macht fertig naiendik spricht in der ankündigung entgegen unsere erfahrungen von positiven feedback der community ja die müssen ja auch immer alles die können ja nichts schlecht reden sie müssen ja so tun als werdet ihr und sie selbst davon überzeugt auf dem richtigen artikel von der richtigen seite habt ihr aber noch mehr dazu stehen das werden wir hier kurz überfliegen wichtig sind nämlich die aufgaben die es dazu gibt und hier stehen ein paar aufgaben ausführlicher als bei dem anderen der rest müsste eigentlich gleich sein ja genau ich meine das ist ja hier von von den selber die ergebnisse des tests der begrenzten pokémünzen belohnungen sind vielversprechen vielversprechen sondern die son vielversprechen wir haben festgestellt dass mehr drehen als jemals zuvor bla 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 die nicht ohne weiteres arena aufsuchen können konnten jetzt für mich gleich von anfang an alles wie es bisher war war doch korrekt leute die keine arena aufsuchen konnten konnten es bisher nicht können es jetzt weiterhin nicht warum werden leute die arena aufsuchen konnten jetzt in den arsch getreten ich wollte was anderes sagen aber das ist um die uhrzeit darf man doch nicht man hätte es doch trotzdem so lassen können wie gesagt dass ihr normal aus den arena 50 münzen bekommt und von denen die keine arena machen können dass die durch diese aufgaben zusätzlich 20 münzen bekommen können also sprich leute die alles machen können dann 70 münzen verdienen und leute die nur diese aufgaben machen können kriegen wenigstens immerhin noch 20 münzen so kommen sie doch auch an ihre 20 münzen denn selbst jetzt würden sie ja keine arena machen können nur die aufgaben kriegen auch nur 20 münzen als für die würde sich ja nichts ändern ich verstehe den sinn nicht wieso man den leuten die immer aktiv arena gemacht haben jetzt sozusagen 20 münzen wegnehmen will das übt sich ja auf die leute ohne arena nicht aus die haben vorher nichts bekommen und können jetzt 20 verdienen also hätten sie es doch lassen können dass die anderen ihre 50 bekommen und können 20 noch dazu verdienen durch aufgaben oder man hätte machen können wenn die schon 50 bekommen haben aus den arenen weil die so lange in den arenen sitzen dass dann eben das maximum erreicht ist irgendwie hätte es doch möglich sein müssen dass man das maximum bei 50 belässt und die art und weise wie man die bekommt liegt an jedem selber so dass man eben 20 durch aufgaben bekommt und die restlichen 30 durch arenen oder wenn man durch arenen schon auf die 50 ist muss man die aufgaben nicht machen so sind leute also die keine arenen haben können immerhin noch 20 von 50 verdienen das wäre meiner meinung nach doch der sinnvollste vorschlag gewesen dann würde sich niemand beschweren weil alle die das machen was er bisher gemacht haben immer noch das gleiche machen und die anderen können zusätzlich einfach noch was anderes packen aber irgendwie weiß es nicht wir haben das update hier vom also das ist dasselbe was noch mal da steht genau wir haben jetzt hier noch mal diese aufgaben was es zum beispiel alles gibt ihr habt bei den aufgaben dabei lande einen fabelhaften wurf wie oft sehe ich in irgendwelchen gruppen ein rumgejammer ein rumgeheule mit ja ich soll einen einfach fabelhaften wurf machen wie soll ich das jemals schaffen das werde ich nie packen sie sagen also dass leute die nicht die möglichkeit haben über arenen weil sie keine arenen haben wenn sie keine arenen haben dann können sie auch kein raid machen wenn sie kein raid haben dann haben sie auch kein raid boss wo man ja meistens die fabelhaften würfe bei raid bossen machen kann was meist leichter geht als bei normalen pokémon jetzt sollen die an ihre münzen kommen indem sie einen fabelhaften wurf machen bei irgendeinem random pokémon und verzweifeln daran entwickle ein pokémon gibt es auch noch das dürfte ja für kein ein problem sein beziehungsweise müsste man dann auch gucken wenn man jetzt nicht so viel hat bei sich muss man ja etliches fangen dass man genügend bonbons hat um jeden tag ein pokémon entwickeln zu können beziehungsweise sobald die aufgabe da ist lande einen großartigen wurf müsste noch ok sein verwende eine bäre beim fangen eines pokémon ist ok mach einen schnappschuss von deinem kumpel ist ok fang ein pokémon macht ihr ja sowieso eigentlich verwende ein power up bei einem pokémon geht schon wieder in den sternen staub ne ihr wollt ja nicht jeden tag irgendwelchen crap pushen lande einen guten wurf ist noch billiger verschicke ein pokémon ok gewinne einen raid jo für leute die keine möglichkeit haben ähm arenen zu machen weil sie keine arenen haben oder auf dem dorf leben die äh können jetzt alternativ wenn sie einen raid machen ohne arena und einen fabelhaften wurf dabei landen in der nicht vorhandenen arena und beim nicht vorhandenen raid natürlich jetzt ähm pokémon sind verdient das ist nämlich ganz äh das ist ganz neu und fresh und deswegen sonnt die vielversprechend ne das ist äh auf jeden fall ich verstehe es nicht was haltet ihr davon wie ist eure meinung dazu findet ihr das korrekt und sagt das bringt mehr abwechslung rein weil ihr müsst nicht mehr stumpf in arenen sitzen ihr könnt neben dem arenen sitzen auch aktiv was für die münzen machen oder hat euch das gereicht dass ihr durch arenen die pokémon verdient habt oder sagt ihr endlich komm ich an pokémon denn ich konnte niemals arenen machen und jetzt durch diese vielversprechenden aufgaben schaffe ich es schaffe ich es endlich pokémon zu bekommen in welcher kategorie steckt ihr habt ihr täglich eure münzen bekommen habt ihr gar keine münzen bekommen und denkt ihr bekommt jetzt münzen oder habt ihr münzen bekommen und es interessiert euch einfach was ist denn man hier nimm das mit und lass mich jetzt in ruhe es gibt gleich der hat schon wieder hunger glaube ich deswegen zerfleischt da auch meinen arm ähm das ist der nachteil wenn man nämlich das so aufnimmt im one take und kann nicht schneiden dann kann man sowas nicht rauspacken dann muss ich zwischendurch einfach äh wo war ich genau wie gesagt meiner meinung nach wäre immer noch das sinnvollste gewesen die 50 münzen ist das maximum ihr könnt trotzdem durch arenen 50 bekommen wer keine arenen hat kann immerhin noch über die aufgaben 20 bekommen und diejenigen die sagen sie machen die aufgaben müssen weniger in arenen sitzen wenn sie aber trotzdem die volle zeit in arenen sitzen brauchen sie die aufgaben nicht so hätte es sich für die leute die bisher ihre münzen bekommen haben nichts geändert und sie hätten zusätzlich aber den leuten die nicht in arenen sitzen können die möglichkeit gegeben noch an münzen zu kommen aber irgendwie ist ja keiner so ne deswegen haben sie es jetzt so gemacht wie ist eure meinung dazu schreibt sie in die kommentare was haltet ihr davon und oder was würdet ihr euch noch für aufgaben wünschen die man machen kann um an 20 pokemünzen zu kommen zum beispiel fange ein ditto das fehlt auch noch das habe ich nicht gesehen das war es jetzt von meiner seite aus ich werde jetzt noch den topf spagetti mit jägerschnitzel essen dann werde ich mich ins bett legen weil man soll ja vorm schlafen gehen nichts essen und ja dann sehen wir uns heute ihr seht mich bei raid am mittwoch später noch und heute abend in der ersten raid mania stunde wo ich eine stunde lang in der raid stunde jede einladung annehmen möchte die geschickt wird für raiquasa um zu raiden und wenn ihr glück habt schafft es eure einladung also in den live stream und wir raiden zusammen deshalb alle die heute die raid stunde machen schickt mir bitte eine einladung heute geht es auf jeden fall richtig ab in vorbereitung auf die oxys und genesekt heute also der erste test mit der raid mania raid mania muss man ja so komisch sagen das war es auf jeden fall jetzt von meiner seite aus bis zum nächsten mal bis dahin bis sofort euer ramses